Als Thomas Edison die Elektrizität nutzbar machte, änderte sich die Welt – für die meisten von uns. Heute in der entwickelten Welt können wir uns einen Tag ohne Elektrizität gar nicht vorstellen. Und doch haben 1,6 Milliarden Menschen weltweit immer noch keinen elektrischen Strom in ihren Häusern und diejenigen von uns, die ihn haben, halten ihn für selbstverständlich. Weil er einfach immer da war, praktisch aus der Steckdose oder mit dem Schalter verfügbar. Und wir brauchten nie darüber nachzudenken, wie er dort hingekommen ist. Tatsache ist jedoch, dass unsere Art Strom zu produzieren antiquiert ist. Unsere Ressourcen sind begrenzt und unser Planet zeigt Zeichen der Ermüdung. Und wenn all diese rauchausstoßenden, kohlenstoffspuckenden, hochriskanten Energiequellen tatsächlich obsolet erscheinen, dann ist das durchaus begründet. Denn in einer Stunde gibt die Sonne so viel Energie ab, die ausreichen würde, um jedes Fahrzeug, jedes Haus, jede Fabrik und jedes Gerät auf dem Planeten ein ganzes Jahr lang zu betreiben. Was also, wenn es ein Unternehmen gäbe, das nicht nur diesen Energieüberfluss nützbar machen würde, sondern ihnen ermöglichte, ihn zu nutzen, wie immer sie möchten? Bei SunPower haben wir mehr als drei Jahrzehnte an vorderster Front der erneuerbaren Energie gearbeitet und Höchstleistungs-Solarlösungen weltweit patentiert. Unsere Solartechnologie ist energieeffizienter als andere und wurde so konzipiert, dass sie dem Langzeittest standhält. Wir haben Solaranlagen auf tausenden von Dächern installiert, Solarkraftwerke in der Wüste gebaut und neue Wege gefunden, um Schulen mit Energie zu versorgen. Wir sind der Weltstandard für saubere Energie. Wir glauben, dass wir den Menschen mit grenzenloser Energie letztendlich Freiheit geben. Freiheit, die alten Verfahrensweisen hinter sich zu lassen. Freiheit von Umweltverschmutzung. Freiheit für größere Träume und mehr Effizienz. Und Freiheit, diese reichlich vorhandene Energie verantwortungsbewusst zu nutzen. Vom heutigen Tag an legen wir den Energieschalter um. Wir werden Ihnen zeigen, wie Sie das Potenzial des schönen, warmen, kostenlosen, reichlich vorhandenen Sonnenscheins nutzen können. So können Sie die Freiheit genießen, die Sie durch den Zugriff auf reichlich vorhandene Energie gewinnen. SunPower, lassen Sie uns ändern, wie unsere Welt mit Energie versorgt wird. SunPower, lassen Sie uns ändern. Vielen Dank.